Willkommen zu Greener Grass Awaits. Mich erinnert dieser Titel an, dass Gras beim Nachbarn ist grüner als meins. Das kennt man ja im Prinzip, dass man sich nicht mit anderen immer vergleichen soll, weil das Gras beim Nachbarn ist immer grüner als das eigene, also immer besser. Ich glaube, es geht aber diesmal um Golf. Und es wurde mir von sehr vielen Leuten empfohlen, sei es auf YouTube, auf Twitch, selbst auf Instagram hat es mich verfolgt. Und deswegen freut sich natürlich die Twitch-Audience gerade sehr, dass wir dieses Spiel spielen. Sagt euch Hallo, deswegen fühlt euch gerne bereit, einmal vorbeizukommen auf www.twitch.tv slash knutterstrich live vorbeizuschauen, würde mich sehr freuen. Und natürlich auch über einen Daumen nach oben und ein Abo. Wäre auch sehr, sehr gut für den Algorithmus und für mich. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Ich habe wie immer keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich vertraue meiner Community, dass dieses Game uns alle schockig erfreunden wird. So, choose your body. Ich bin Käse, ich weiß. Golf ist loading. W, A, stay to move, mouse look around, press E to interact, when hand, eye can visible. Okay, ich soll quasi rumschauen. Enter the club. Okay, das sieht doch schon mal richtig toxisch aus. Golf Club, ich, äh, das ist nichts für mich. Ich bin schlecht darin und ich habe nicht die Geduld, wenn ich es mal so sagen darf. So, machen wir mal auf. Geht nicht auf, try again. Finde etwas, um über deinen, äh, Zaun zu springen. Ja, das ist ja schon mal super. Da habe ich ja schon mal hier einen ganz tollen offiziellen Job. Wirkt eher, als würde ich irgendwo einbrechen. Okay, ich brauche einen, kann ich überhaupt jumpen? Ist das ja nicht so eine Art Five Nights at Freddy's Game? Wo irgendwie, ich darf nicht erschreckt werden. Kann ich hier rüber? Hier ist auf jeden Fall, ah, da hinten, ne? Aha, ne, doch nicht. Hä, wie komme ich denn hier rein? Let me take a looky looky. Hier muss irgendwo was zum Durchgehen. Ja, ich glaube, in diesem Spiel wird es definitiv Jumpscares geben. Wenn sie dazu also nicht bereit sind, dann verstecken sie sich doch gerne in den Kommentaren. Habt ihr hier irgendwo was gesehen? Was war das? Is the ball slowly rolling down a hill? Place the bag in front of it to bring it to a halt. Ah, okay, wenn der Ball langsam den Berg runterrollt, dann soll ich quasi davor ein Ding hinhalten, dann rollt er rein. Start, Hole 1. Was zur Hölle passiert hier? Was ist denn das für ein mühsamer Golfplatz? Okay, so, lass mal gucken. Hole 1. Press tap to brush up on golf skills. Okay, also, Kapitel 8. R drücken, um die Tasche zu droppen. Und E to select appropriated club. Okay. Press E to place ball on T. Press E on ball to enter golf mode. A and D, rotate, press shift to go fast. Oh mein Gott. C, T, R, T, R, C, T, R, L to go slow. Right click to see guide and adjust trajectory for the driver club. Click and drag with left mouse. Um Gottes Willen, töte mich. Okay. Ich will zurück. So, okay, dann probieren wir das mal. Okay. So, jetzt hole ich meine Tasche. Und hole hier meinen Schläger raus. Aber ich muss jetzt auch überlegen, welchen, oder? Oh Gott, deswegen habe ich doch keine Ahnung. Oh, Hilfe. So, wie drehe ich das jetzt? So, so. Ah ja, genau so. Und dann mache ich einmal... Zack! Okay, super. Warum spiele ich hier allein? Das ist furchtbar. Okay, willkommen zu einem angenehmen Golfspiel. So, ich glaube, jetzt kann ich wieder meine Tasche... Oh nein, ich muss die wieder mitnehmen. Oh mein Gott. Ich werde mit euch jetzt so ein dummes Stressgame, wo ich nachher unter Stress Golf spielen muss. 100 Pro muss ich nach unter Stress Golf spielen. Kann ich die Bälle mitnehmen? Nee. Oh mein Gott. Ich wusste, warum... Ich wusste, dass es etwas mit Sadismus zu tun haben muss, dass ihr wollt, dass ich das Spiel spiele. Ihr empfehlt mir immer Spiele, die ich vom Prinzip hasse, nur damit ihr Spaß habt. Ich weiß schon. Okay, so. Wir tun mal den Ball hier andocken. Kann ich mal kurz gucken? Kann ich bitte hier nicht irgendwie so eine Linie haben? Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Kann ich hier bitte irgendwie so eine Linie haben, wie es in Golf with your friends ist? Ich nehme mal den. Ich glaube, der ist eher für kleinere Pucks. So, let's go. So, das sollte doch jetzt passen, oder? Scheiße. Ah, nice. Da sehe ich es ja. Ach, easy. So, noch mal. So, Moment. Oh, ist das wieder zurückgeflippt, oder was? Nee. Ach so. Anderer Schläger, meint ihr? Nee, oder? Der Richtige. Ach so. So ist ja easy. So, let's go. Bam. Ha. Double Boogie, Leute. Nein. Ich wollte nicht von vorn weggehen. Nein. Ich bin so dumm. Nein. Dann, let's go. Double Boogie. Super. Und jetzt? So, jetzt habe ich doch das Loch getroffen. Ich muss jetzt den Ball wieder nehmen. So. Start bei Hole 2. Hole. Wo ist das zweite Loch? Ich traue dem Frieden nicht. Es ist zwar gerade... Oh nein, ich hasse es. Es ist zwar gerade sehr schön. Hat jemand seine scheiß Anlage irgendwie angelassen? Gott, bei der Musik kann ich mich nicht konzentrieren. Okay, kein Problem. Wir holen unseren Sack raus. Dann zeige ich euch mal, wie der richtige Double Boogie geht. So, lass nochmal anschauen. Aha. Wir gehen mehr nach hier. Machen zack. Bam. In your face. So. Ich bin schon ein richtiger Profi. Die Sonne geht unter. Die Sonne geht unter. Oh nein. Oh nein. Wie kann man denn jetzt überhaupt noch Golf spielen? Das ist ja furchtbar. Oh nein, Aliens. Oh nein. Muss das sein? Also wirklich so. Um die Zeit spielt doch keiner. Boom. Okay. Alles gut, Leute. Der Ball ist ganz schön weit nach vorne gegangen. Ich bin ein richtiger Pro. Oh, der ist viel zu weit nach vorne gegangen. Verdammt. Okay. Gar kein Problem. Ich habe alles im Griff. Aber irgendwie erinnert mich das hier so ein bisschen an Slenderman. Ich kann unter Druck nicht spielen. So. Jetzt gucken wir mal. Wo ist der Ball? Wo muss der hin? Hier. Okay. Das heißt, er muss hier hin. Ja, ja. Das finde ich doch sehr angenehm hier. So. Das schaffe ich jetzt. Dann machen wir doch einmal hier den Ball hin. Und machen einmal zack. Boogie. Hat es jemand gesehen? Beobacht mich schon jemand? Ich glaube nicht. So. Start in Hold 3. So. Weiter geht's, Leute. Loch frei. Irgendetwas Furchtbares wird passieren. Wer spielt denn schon alleine nachts Golf? Ja. Wenn mein Ball wenigstens leuchten würde, würde ich ja irgendwie das verstehen. Aber so kann ich es nicht verstehen. So. Wo ist überhaupt das Loch? That's what she said. Da hinten. Okay. Der Frau nachts jeden Tag mit Spaß. Entschuldigung. So. So. Jetzt mal gucken. Okay. Ich muss jetzt hier volle Karacho. Pam. Okay. Sehr gut. Nehmen wir mal mit. Guck mal, ich hab's schon richtig drauf. Das hat sich komplizierter angehört, als es am Ende war. So. Das ist da hinten. Das heißt, ich kann es jetzt eigentlich straight hier rüber ballern. Tasche. Ich brauche meine Tasche. So. Mal gucken. Mal gucken wir mal, wenn ich jetzt hier hingehe und das hier hinkaramburage. So. Jetzt. Okay. Jetzt machen wir. Huah. Ausgezeichnet genug. Du bist jetzt so ein Profi. So. Den mache ich jetzt rein. Ähm. Hm. Welchen nehme ich denn dazu? Hm. Links oder rechts? 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 Sagt die Community. Die Community sagt rechts. Ich glaube auch. Lass mal probieren. Wenn ich jetzt falsch bin, dann seid ihr schuld. Das ist ja das Schöne. Ich kann immer sagen, ihr habt es verkackt. So. Okay. Let's go. Komm. Den kriegen wir rein, Leute. Huah. Okay. Die Community ist heute mal wieder überhaupt nicht gut drauf und schuld, ne? Konzentrieren können sie sich ja auch nicht. Okay. Machen wir es nochmal. Ich gebe euch noch eine Chance. Wenn ich so ist, würde ich zielen, ne? So. Okay. Okay. Ja. Ja. Also echt Leute, ne? Also das mit Golf wird, brauche ich nichts. Ich mache es trotzdem nochmal. Ich weiß nicht, ob das ab einer gewissen Anzahl an schlechten Schlägen oder so irgendwas Schlimmes passiert. Könnte das eventuell sein? Das war ich persönlich und da ist super leid, ich wollte ich nicht so nahe treten. So, jetzt aber. Come on, girl. Come on, everybody. Platt your hands. Oh, ein Double-Buggy. Wer hätte das gedacht? Hey. Oh, mein Gott. I know. I did know. Okay. Also, ob ich weiß, dass bereits hier alles geschlossen ist. Ich sag mal, ich wusste es nicht. Well, it is. So, you should get going. Exa, das ist geschlossen, also sollte ich gehen. Ich muss den Golfplatz verlassen. Möglicherweise. Ich weiß. Möglicherweise. Okay, er geht jetzt raus. Ich soll nichts kaputt machen. Okay, das heißt, er lässt mich jetzt hier spielen. Das ist aber nett. Ähm, ich muss mal kurz was testen. Ich muss mal kurz die Stärke meines Schlägers testen. Ah, Mann, es geht ohne Ball gar nicht. Ihr wisst, was ich vorhatte. Ich wollte ihm einen Shot geben in die Eier. In seine Kornis. Mein Freund. Hast du Angst? Der sieht aus, hätte er Angst. Das eine Auge ist irgendwie viel weiter unten, das andere. Okay, egal. Gut, wir gehen und spielen weiter. Gar kein Problem. Aber es ist schön. Es ist schön und es ist irgendwie auch gruselig. Deswegen spielen wir alleine Golf im Dunkeln. Das macht doch so. Mein Gott, dieses Spiel erschreckt mich doch nicht so. Use the shield to shift to slow down your speed up turning around the ball. Was passiert hier? Ich spiele etwas, wo ich noch nicht weiß, was auf mich zukommt. Oh nein! Das ist voll die Silent Hill Musik. Was? Golf ist in Golf ist my fun time activity. Yes, Golf. They don't like to golf. Then I will. They, if they don't like to golf. Woohoo Golf. Oh mein Gott, wir sind am Arsch. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Also wie kommt man denn auf die dumme Idee, nachts Golf zu spielen? Das muss ich wirklich sagen. Also nachts einlochen verstehe ich ja, aber doch nicht. So. Das ist alles in bester Ordnung. Das mache ich immer. So. Hole Nummer 3. So. Hole Nummer 3. Ähm. So. Ich kann es nicht sehen. Ich schieße jetzt einfach mal blind rein. Und so entstand ich. Nein Spaß. Und so entstehen ungewollte Golfsbrunnen. Ich lasse es jetzt. Ja! So. Das ist schon mal gut. Wetten irgendjemand nimmt meinen Ball jetzt weg. Wo ist der Ball? Ah, hier. Oh nein, der rollt jetzt hinten. Oh nein, das war doch das, wo ich aufpassen muss, ne? Wurde da nicht irgendwas gesagt, wenn der, wenn der Ball runterrollt, muss ich aufpassen. Ein bisschen Angst, weil ich gehört habe, das Spiel soll schon so ein bisschen jumpscary sein. Und ich weiß noch nicht, was passiert. Ah, es kann überall passieren. Okay, ich glaube, ich schieße jetzt mal in die Richtung. Und zack. Yes. Oh. You can't look away by grabbing your back. Oh nein. Heißt das etwa, dass das so ein Scheiß wird, wo ich nachher Golf spielen muss und aufpassen muss, dass mich keine Monster catchen. Oh nein, bitte nicht. Das ist ja Maximum an Stress. Ich habe Schritte gehört. Und es waren nicht meine. Scheiße. Nein. Du hast da gar keinen Bock drauf. Ich hasse das Spiel jetzt schon, obwohl ich noch nicht mal was gesehen habe, Mann. Okay. Nein. Nein. Das wird alles nur noch schlimmer. Ich will hier weg. Ich kriege Panik. Ich kann so nicht Golf spielen. Sorry. Das ist ja wirklich furchtbar. Golf with your ass, ey. Gott Hilfe. Das ist ja richtiger Pain. Ah. Ah. Außer mein Ball. Shit. Leute. Shit. Okay. Ich muss mal ein bisschen ruhiger werden. Ich habe übelst die Panik. Okay. Okay. Alles gut. Alles gut. Es ist nur ein Ball. Es ist nur Nacht. Es ist nur mehr Rauschen. Es ist eigentlich total romantisch. Okay. Mann. Jetzt geh rein. Sechs Shots over. Oh was? Ich bin sechs Schüsse drüber. Oh oh. Mein Auge zuckt schon vor Stress. Das tut mir nix. Ich bin nur ängstlich. Es wird immer dunkler. Oh nein. Was ist denn das für eine Kacke? Kann mir mal bitte jemand spoilern, was dir passiert? Ich ertrage den Druck nicht mehr. Ich weiß es nicht. Wir spielen nur Golf. Es ist alles gut. Es passiert überhaupt nichts. Kann ich auch jemanden mit einem Golfschläger einfach verprügeln, wenn jemand kommt? Eigentlich muss ich doch gar keine Angst haben. Ich habe doch einen Golfschläger. Da kann ich einfach zuschlagen, wenn jemand nervt. Im echten Leben. Oh nein. Oh nein. Shit. Ah hier. Okay. Alles gut. Ist normal, dass man irgendwie paranoid wird, oder? So alleine nachts im Golf spielen. Gott, bitte lass mich einfach in Ruhe. Bitte, 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 bitte. Ich sehe nicht mal das Ziel. Wo ist es denn? Wo ist bitte das Ziel? Es gibt keins. Ah doch, da hinten im Schatten. Ja, super. Okay. Vielleicht darf ich auch einfach nicht die Schüsse verkacken, ne? Ich weiß es nicht. So, da hinten rollt mein Ball. Das ist gut. Oh mein Gott. Bitte, sag mich, dass ich nicht in den Schatten darf. Gefällt mir eigentlich gar nicht, dass es hier so dunkel ist. Okay. Oh mein Gott, da liegt eine Leiche. In welches Loch darf ich jetzt einlochen? Okay. Wir schaffen das. Alles gut? Ich need my putter. Hast du doch. I already dropped my bag. Dann, du hast ihn doch. Was brauchst du denn? Putter. Ach so, den meinst du. Okay. Der da hinten guckt nur, wie genau ich schieße. Jo, Bro. Jo, Bro. Freund, darf ich dich anschauen? Oh, das ist doch der von vorhin, ne? Oh, denn sein Mund wurde aufgeschlitzt. Nicht so gut. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh Gott, was ist das? Was habe ich da gerade getan? Das ist so dunkel, ich sehe gar nichts mehr. Also spätestens jetzt ist es Zeit, mit Golfen aufzuhören und nach Hause zu gehen, oder? Das habe ich gehört. Das habe ich gehört. Okay, alles gut. Ich muss nur einlochen, haben sie gesagt. Nachts haben sie gesagt. Einlochen war nie so gruselig. Da hättest du ein Haus, da gehe ich jetzt hin. Da ist ja wirklich ein Haus. Kann ich da rein? Oh mein Gott, ja, das geht auf. Erstmal zumachen. So, was ist denn hier alles drin? Oh, eine Note. Oh nein, ich will die Note gar nicht lesen. Was ist das hier? Greener Grass. Do you live in a rural area? Is your grass turning yellow? Okay, wenn es zu heiß ist, dann kommt greener grass und die machen das Gras wieder grün. Ey, da könnt ihr bei mir mal anfangen. Okay, Darren's Lawn and Handscape. Reputable, Pete recommended. Expensive, too expensive. Homes only, out of fence, overbooked. Greener Grass, war also frei. Specialized, enlarged, remote already. Not many reviews und bizarre ads. Super, und die haben wir gebucht. Wir haben bizarre Werbung gemacht. Hatten nicht viele Reviews, nicht viele Bewertungen. Aber sind spezialisiert. Oh mein Gott, ich seh gar nichts. Ich seh nichts. Ich geh mal wieder auf den Weg. Boah, ist es noch dunkler geworden? Hab ich ne Lampe? Gab's irgendwie ne Lampe in dieser blöden Hütte? Okay, es heißt greener grass, dreht hier durch. Kommt man denn auf so ne Idee, ey? Alles in... Ah, Mann! Allein dieser dumme Jumps, dieser dumme Soundeffekt die ganze Zeit. Okay, start hole 6. Was gibt's denn hier so? Hole 6. Each golf ball that enters the water will cost an additional free for recovery. Please not try. Okay, wir müssen quasi die Bälle, dürfen auch nicht irgendwie ins Wasser fallen, sonst haben wir die Arschkarte. So, das heißt, ich würde eigentlich mal gerne jetzt... Ich weiß halt nicht, wann die kommen, ne? Wenn die jetzt einfach ankommen und mich hier schocken, finde ich das halt überhaupt nicht cool. Also die Gefahr hat sich angebahnt. Es kann nur ätzend werden. Alles gut, ich spiele einfach weiter. Immer weiter, bloß nicht ins Wasser. Lalalalalala. Kommen die aus dem Wasser? Ist eigentlich so ne schöne Gegend hier. Aber nein, ich musste ja abends spielen. Puh! Ich bin richtig gut in den Games. Ha! Golf of your friends erprobt. Dahinten ist das Loch. Okay, alles in bester Ordnung. Ich würde da gerne ein bisschen was passieren, wenn ich ein Hole in One mache. Das ist ja gar nicht möglich. Okay, alles in bester Ordnung, Leute. Wir holen das Ding nach Hause. I'm coming home. I'm coming home. Oh! 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 Nein, wo geht der Ball hin? Stop it! Mach keinen Scheiß. Oh oh, kann das sein? Ah! Oh mein Gott, hier darf ich nicht langen. Oh, das wird jetzt aber knapp, ne? Das war jetzt aber knapp hier, ne? Kann das sein, dass wenn ich zu weit... Oh, ich kann gar nicht weiter drehen, ne? So ne Kacke, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich werde sterben. Oh mein Gott, ich kann nicht weiter wegschießen hier. Okay. Puh! Oh, schiart. Schiart. Okay, kein Problem. Jetzt machen wir ihn rein, Leute. Let's go. Genauso. Ich muss, glaube ich, die Tasche gar nicht jedes Mal hinschmeißen, ne? So, ich kann ihn einfach dann verwenden. Okay. So, was nehmen wir den? Das wird jetzt aber was, bitte. Oh Gott, ich habe schon zu viele Schläge, ne? Oh Gott, oh Gott. Nein. Nein, 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 nein. So. Nein, verdammt. Ich verliere die Nerven. Das gibt's doch nicht. Hey, ich glaube, ich werde jetzt sterben, ne? Kann es sein? Dass die sich einfach denken, die ist viel zu schlecht. Oh mein Gott, wie schlecht kann man denn sein? Oh Gott, zehn Schüsse drüber, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann es sein, dass je nachdem, wie ich spiele, es ein schlechtes Ende gibt? Oh Gott. Oh, es tut mir so leid. Oh, ich muss, oh mein Gott, was ist denn das? Oh mein Gott, Leute. Okay. Das wird die Hölle. Ich probiere es jetzt mal. Okay, der Ball darf das Wasser nicht treffen. Okay, oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird ja absoluter Pain. Kommt hier irgendwas? Hört ihr das? Mann, die Musik macht einfach nur Panik, weil ich nicht weiß, ob es kommt oder nicht. Wenn ich jetzt hier voll durchziehe. Alles gut. Wo ist der Ball? Hä, wo ist der Ball? Oh nein. Nein. Okay. Oh Gott. Ja. Okay. Ich kann scheinbar den Winkel noch anpassen von dem Kopf. Wie denn? Mit der hochfliegt, ne? Wie mache ich denn das nochmal? Wie war der Winkel nochmal? War das nicht irgendwie... Ich konnte irgendwie den Winkel noch anpassen. Welche Taste war denn das nochmal? Weiß es jemand? Stimmt, ich mache mir keinen Stress. Alles in bester Ordnung. So, nice. Ich glaube, Shift. Ich probiere es gleich mal. Ich glaube, dann kann ich höher schießen. Dann könnte wir nämlich voll abkürzen. Aber no problem. Shift. Nee. Wo stehen denn nochmal die Settings? Nö. Oh, die 6 gilt nicht. Die bin ich verkackt. Oh oh. Könnte sein, dass es dann eventuell ein Problem gibt, wenn ich so schlecht spiele. Oh oh. Oh oh. Ah, okay. Mit Rechtsklick geht das. Nice. Nee. Ah. Sechs Schüsse drüber. Oh mein Gott. Was? Gibt es doch nicht. Oh oh oh. Oh mein Gott. Ich dürfte nur 4 dafür verwenden? Könnte es sein, dass wir sterben? Passiert irgendwas Schlimmes? Ich bin halt nicht gut im Golf. Okay. 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 Ich hasse so Musik. Ich werde jetzt einfach, ich habe ja unendlich Ausdauer. Ich bin ja richtig sportlich hier unterwegs. Ich werde gerade irgendwas steppen hören. Ey, das ist furchtbar. Wie lange muss man denn zu den Löchern latschen? Wo ist mein Golf-Caddy? Das ist eine Unverschämtheit. Okay, Loch 8. Let's go. Bam. Oh mein Gott, was? Nein. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, ich hasse dieses Spiel so sehr. Der kommt näher, wenn ich ihn... Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Leck mich doch am Arsch. Nein, never ever, never ever. Nein. Wo ist das Loch? Nein, nein, ich hasse das Spiel. Ah, es ist so furchtbar. Der kommt ja jetzt gleich schon. Ah, ha, 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 ha. Oh. Ich hasse es. Ich hasse das Spiel so sehr. Oh Gott. Geh dich. Oh, don't look too long. Warum? Gott, Hilfe. Ich darf ihn auch nicht zu lang anschauen, ne? Shit, ey. Oh mein Gott, ist das ein Pain. Ist das ein Pain. Ist das ekelhaft. Bro, don't do this. Bitte. Sei kein Arsch. Oh Gott. Ah, ha, 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 ha. Ne. Ne. Oh Gott. Kann ich ihn nochmal weg? Ich logge ihn nochmal weg. Ich kann den Druck nicht. Oh, ist der gruselig. Was der ekelhaft. Was der ekelhaft. Das ist ja voll gruselig. So, ich logge ihn jetzt mal weg. Ich pack das sonst nicht. Oh Gott. Der ist ganz schön schnell, der Sack, ne? Nein. Nein. Ah, ha, 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 ha. Ah. Ah. Ich hasse das Spiel so sehr. Wirklich. Ich hasse es einfach nur. Bro. Bro. Geh mir nicht auf den Sack, Mann. Hau ab. Ich hasse es. Der ist voll schnell. Der wird immer schneller, ne? Der Penner. Mann, ich kann nicht mehr. Hau ab jetzt. Verpiss dich. Lass mich jetzt in Ruhe, Mann. Puh. Ah. Äh. Noch nie hatte ich so viel Druck. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich pack das nicht. Geht das jetzt die ganze Zeit so? Oh Gott. Aber es ist geil. Es ist ein geiles Konzept. Jetzt weiß ich, warum ihr Schweine wolltet, dass ich das spiele. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Oh Gott. Das ist... Oh Gott. Oh look away, our games are so nice. Nein, nicht mehr die Leute, die spielen müssen. Ihr Sadisten. Das war schon maximal gruselig, wie der da stand. Alles in bester Ordnung. Ey, das ist so dumm. Einfach nur so, wie wenn du unter Stress eine OP durchführen musst. Okay. Oh, die Musik ey. Okay, komm, das schaffen wir jetzt. Let's go. Ja. Boogie. Boogie, boogie, boogie. Oh Gott. Boogie, boogie. Ich spiele Golf. ich bin fantastisch ich bin noch nicht fertig ich habe meine salle die pils nicht genommen heute nein ich muss nachher noch hier schon die autobahn nein Oh nein, oh nein, oh nein, das ist ganz schlecht. Oh nein, warum bewegt denn der sich? Shit, oh Gott, ich hasse das Spiel, ich hasse es. Ich muss die kurz mal zurück locken, Moment, ich pack das sonst nicht. Oh Gott, I don't pack diese, ich bin ja froh, dass ich die wenigstens zurück locken kann. Ah, das wird gut, greener grass. So, jetzt nehmen wir uns mal den hier, nein den, so und dann aber jetzt ganz schnell hier. Oh, das war gut. Ich wette mit euch, dass da noch mehr von, oha, wie nah ist denn der schon? Oh shit. Ich spiele gerne blind. Hau ab, bitte. Kann es sein, dass die schneller werden? Nein, du brauchst nicht deinen scheiß Puttermann. Oh Gott. Bleib da bitte einfach stehen, okay? Alles ist in bester Ordnung, Mann. Oh Gott, nein. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Holy shit, der wird immer schneller. Oh Gott, der wird echt immer schneller, ne? Okay. Bleib bitte einfach da, wo du jetzt bist, ich mach das Ding. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, I hate this game. So, und jetzt? Hau ab! Ich muss doch zum nächsten Loch, oder? Oh Gott, ey. Nein, der kommt jetzt mit. Jetzt sind es zwei, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist nicht dein Ernst. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinschießen muss. Schau. Oh mein Gott, wo ist mein Ball? Oh nein, ist nicht dein scheiß Ernst. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott! Ihr Arschlöcher, ey. Ey, also ernsthaft. Wie sadistisch kann man denn sein? Wo ist denn eigentlich das Kackloch? Ganz hinten, ey. Boah, Alter. Ich hasse dieses Scheiß-Game. Ne, vergiss es. Wie soll ich denn das schaffen? Ey, sorry Bros, aber so funktioniert das halt nicht, ne? Ich habe das Feld hier gezahlt, ihr nicht. Kann ich denen das auch in die Fresse hauen? Wahrscheinlich schon. Und ich muss jetzt tatsächlich mal kurz die hier weglocken. Das geht so gar nicht. Boah, ey, ich hasse dieses Spiel. Ich muss auch aufpassen, dass die sich nicht, dass die sich hier nicht umverteilen, ne? Dass die immer schön zu zweit bleiben, weil sonst habe ich hier richtig Stress. Bro, du kommst ganz schön nah, ne? So, und ich schaue euch jetzt einfach die ganze Zeit an. Gott, ey, das ist so ein Stress. Okay. Let's go. Shit. Oh mein Gott. Oh Gott, das war gut. Okay, die sind ganz schön schnell, ne? Ich will die Scheiße hier einfach nur überleben. Ich will es einfach nur überleben. Lalalalalala. Alles ist in bester Ordnung, Mann! Oh mein Gott, was ist dein Problem? Oh, ich spiele besser, wenn ich nicht hingucke. Hey, Bro. Jetzt bau mal hier keinen scheiß Stress auf, ne? Kannst du dich bitte auf die Seite hier verpissen? Du willst doch eh noch mich. Ah, es ist irgendwie so gruselig. Okay. So, alles in bester Ordnung. Okay, ich nehme den Ball. Ich nehme jetzt... Oh Gott, sie hauen ab. Memo an mich selbst. Wenn meine Community sich wieder ein Spiel wünscht, einfach ignorieren. Memo an mich selbst. Einfach ignorieren. Kommentare löschen, ausblenden. Danke. Meine Güte, Leute, ey. Ihr Sadisten. Ne? Braucht gar nicht wegschauen, die die mit... ...es Spiel empfohlen haben. Golf is loading. Golf soll aufhören. Wie viele Löcher gibt's denn hier? Ich hab genug eingelocht heute. Und das auch noch unter Druck und Stress. Das kann ja nix werden. Dieser Satz. Oh nein, hier ist doch nur alles ruhig. Das ist das letzte Loch. Oh nein, man weiß nicht, wie lang es noch weitergeht. Danach gehe ich in die Hölle, oder? Jetzt sind es bestimmt drei, oder? Say what. Oh. Wo ist hier überhaupt irgendwas? Lass mich nochmal hier drauf gucken. Okay. So ist einfach nach vorne und dann rechts. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Shit, ich seh ja gar nix. Oh nee, das ist ganz schlecht. Äh, Bro. Äh, Bro. Nein. 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 Der kommt einfach näher. Was soll denn das? Jetzt kann ich die zurücklocken. Stell dir mal vor, die würden einfach immer nur beim Ball bleiben. Boah, der ist schneller, ne? Der ist jetzt unangenehm. Oh Gott. So, jetzt bleib ich mal stehen, du Arsch. Ja, der wird immer stressiger hier, der Scheiß. Und vor allem, der läuft dir jetzt halt auch straight hinterher, ne? Der geht jetzt auch nicht mehr weg. Okay, jetzt aber ganz schnell. Kann ich bitte mich drehen? Hey. Hey, das ist so eine Scheiße, ne? Oh mein Gott. Der läuft nämlich jetzt auch, wenn du nicht, wenn du schaust, ne? Das ist dem jetzt komplett wurscht. Ich locke den jetzt mal nach hinten, ne? Aber auch wenn ich den angucke, kommt der näher. Nähert auch nicht. Ich platze den jetzt einfach an. Holy shit. Holy shit. Ey, nee. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Hey, der ist ja übel aufdringlich. Soll ich das schaffen? Gott, das ist eigentlich viel besser, wenn ich, wenn ich renne. Ich schieße ihm ins Gesicht. Geht das eigentlich? Probier's gleich mal, okay? I'm your biggest fan. I'm following you until you love me. Ey, diese dumme Tasche, ne? Dass du die auch nicht irgendwie falsch platzieren darfst. Okay, jetzt hat er mich. Oh shit. Das ist mir noch ein bisschen zu close. Paparazzi. Okay. Der kommt ja trotzdem. So, das ist eine Länge, die finde ich jetzt gut. Dass der so weit von mir weg ist, finde ich sehr gut. So, jetzt kann ich den scheiß Ball mal endlich wegsmaschen. Bam, so. Ui, 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 ui. Wo ist mein Ball? Da hinten. Das war jetzt sehr schlecht. Das war jetzt sehr gut. Ey. Bra. Nein. Ihr Arschlöcher. Okay, wir gehen nochmal zusammen nach hinten, meine Freunde. Mann, das ist voll der scheiß Stress. Ich hasse dieses Spiel. Ja, ich habe Until Dawn schon voll oft gespielt. Wie viel kommen da jetzt noch? Drei? 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 So, immer diese Follower. So bleiben sie doch echt schön lang weg dann immer, ne? Also das ist echt kompy. Aber ich glaube, man darf jetzt halt nicht mehr stehen bleiben. Sobald ich stehen bleib, rennen die halt sofort auf mich zu. So sei es jetzt nämlich. So, jetzt machen wir nochmal ganz chillt hier. Bam. Und dann nehme ich den mit. Oh shit. Und guck die an. Wo ist mein Ball? Nein, der ist nicht hier hinten, oder? Wo ist mein Ball? Wo ist mein Ball? Ich finde mein Ball nicht. Wo ist mein Ball? Shit. Also ernsthaft, wo ist mein Ball? Jungs, ich finde mein Ball nicht mehr. Shit. Wisst ihr, wo mein Ball ist? Habe ich so einen Ballsensor irgendwo? Ich habe den doch hier irgendwo hingeschossen. Wie soll ich den jemals wieder finden? Ich glaube, ich glaube, ich muss nochmal neu laden. Ah, da hinten ist aber nur die Fahne, ne? Boah, die sind schon ganz schön schnell, ne? Die Gebüsche machen mich langsamer. Dann lasse ich mich mal kurz catchen. Oh, ah! Look, but don't stare. Ja, das ist eine gute Regelung. So, ich versuche den jetzt, soweit es geht, fort zu jämen. Weil umso weiter, umso besser für mich. So, da kommt der jetzt schon hierher. Das heißt, lassen die direkt hierher rennen. Stop and stare. I think I'm moving, but I go nowhere. Hau ab. Du dumme Sau, hör auf zu stäern. Sag ich ja immer. Look, but don't stare. Das ist doch gut. Das kann man sich eigentlich merken, so als Nummer 1 Regelung. Sorry, Bro, ich habe gerade Probleme. Oh, shit. Äh. Wo ist mein Ball? Da hinten. This was very good. But now the other asshole is coming. I can hear his steps. Ah! Scheiße. I'm also good. Shit. Tell me why 360 for a milkshake. So, bitte verpiss dich jetzt. Das ist ein sehr krankes Game. Ich muss hier Golf spielen, während die Arschlöcher mich verfolgen. Weil ich genauso wie wenn du von der Disco allein nach Hause gehst, Mann. So, jetzt nochmal ganz schnell Konzentration. Äh. So, nochmal mehr in die Richtung. So. Äh. Wo ist der Ball? Ah, hier hinten. Wow, das war gut. Oh, wow. Look at that ball. So, ihr Schweine. Jetzt habe ich nicht bei dem Blick. Könnt mich mal am A lecken. So. Ihr Schweine. Ich habe euch im Blick. Mama can see you. Nein. Was tue ich denn da? Noah, das ist so dumm. So, ich nehme jetzt den. Und jetzt Maschala, ich den rein. Ich bin 3, 2, 1. So, schaut. Schaut und staunet. Your Säcke. Oh. Hey, bros. Ihr gebt mich so auf den Sack. Hey. Ihr seid so close. Chilled, broodies. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich mache den jetzt rein. Und dann geht ihr nach Hause. Okay? Stresst mich jetzt bitte nicht. Ihr, ihr Eirschlöcher. So, okay. Ja, 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 ja. So. Seht ihr? Smooth. Ihr Säcke. Könnt ihr jetzt gehen? Ach, ihr kommt mit so Loch 13. Ach, das ist aber schön. Mann. Ich schaue mir beim Einlochen zu. Sind wir hier im Berghain oder was? Verschwindet jetzt, Jungs. Es reicht. Okay. Und das dritte ist in diesem Gebäude drin. Oh nein. Scheiße. Jetzt wird es noch enger. Hey, wir haben es hier echt von ein Loch und enger werden. Ich glaube, wir spinnen. Okay, was muss ich denn jetzt machen? Was ist das hier? Golf now. What your clubs say about you. Does expensive mean better? Das ist meistens nicht so. Oh, da ist ja jemand tot schon wieder. Höh. Na shit. Und jemand verbrannt. Okay, furchtbar. Okay, das ist das Höllenloch. Hä? Das ist das Höllenloch. Deswegen ist Loch 13 wird nicht angezeigt. Und 13 ist doch auch generell eine Unglückszahl. Oder was war da nochmal? Find a ball. Oh, da liegt ja eigentlich immer ein Totes, der nicht mehr da ist. Ach, da ist ein Ball. Ach, wunderbar. Super. Hey. Stay in the light. Oh nein. Find a temple. Was wollt ihr von mir? Kann ich das Licht mitnehmen? I'm not... Ach so, das ist der Ball. Das ist mein... Mein Light. Aber muss ich denn hin? Ist hier der Tempel? Oh shit. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, wo der blöde Tempel sein soll. Wunderbar. Keine Ahnung, wohin. Ah! 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 Oh mein Gott! Das ist ja furchtbar. Okay, hier ist nix. Ah, so mache ich das. Hier ist nix. Ist denn hier irgendwas? Da hinten vielleicht? Komm, wenn ich dann schießen will. Das ist so unfassbar gruselig, ne? Hier eine Idee, wo der blöde Ding ist. Shit. Kann ich den Ball nicht einfach aufheben? Okay, ich bin im Licht. Ah, ich glaube, ich muss da hinten hin. Kann es sein? Da ist aber auch nicht wirklich was. Da hinten, oder? Da ist doch was. Da war doch Licht. Oder? Was meint ihr? War es wieder nur eine Illusion? Oh shit. Ah, da hinten, ja. Ich muss da hin. Oh shit. Oh shit, das war dumm. Oh mein Gott, das war sehr dumm. Oh Gott, oh Gott, nein, nein. Nein, oh Gott, ganz knapp. Gott. Okay. Oh Gott, ich glaube, ich darf auch keine von diesen dummen Statuen berühren, kann es sein. Ich glaube, es ist jetzt auch ganz gut, niemanden zu berühren. Oh Gott. Oh, scheiße. Oh Gott. Under pressure, ey. Oh shit, oh shit, oh shit. Ja, 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 Licht, Licht, Licht. Find the pop. Find and pop the blister. Was? Muss ich da jetzt... Ach so. Ich muss das Ding da kaputt poppen, ne? Oh je. Okay. Ich schaffe mal. Den hätte ich gerne. Shit. So, jetzt aber, let's go. Jetzt poppen wir das Ding auf hier, so. Scheiße. Nein. Alles gut. So. Shit, das ist ganz schön schwer. Es sieht viel einfacher aus, als es wirkt. So, jetzt aber. Mann, jetzt macht doch... Ich schaff das. So, jetzt. Okay. Komm, das geht doch. Jetzt mach den Pickel da weg. So, so, aber straight. Hey. Kann er wohl nicht sein. Jetzt aber. Oder ist es falsch, was ich da mach? So, muss ich es noch höher ping? Yes. Oh nice. Ja, jetzt schießt es noch weg. So. Boah ey, under pressure. So, der Ball muss da jetzt rein. Okay, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, warte auf mich. Kill the trees. Oh nein, was? Den? Äh. Was zur Hölle, muss das jetzt da rein? I need my putter. Oh Gott, nein. Okay, muss das jetzt hole in one rein? Ach so, das muss da quasi rein. Komm schon. Ich hoffe, dass das jetzt nicht gleich wieder die Arschlöcher aufs... Äh. Oh shit. Und jetzt? Abandon this. You can't kill a god. Du kannst... Kann kein Gott töten. Nein, lass mich in Ruhe. Bitte. Ich finde einen Ball. Ja, wo bin ich? Oh shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. 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 Ah. Shit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Oh mein Gott. Ist das gemein. Oh Gott. Ist das gemein. Oh mein Gott. Ist das gemein. 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 Oh. Kann ich dich umringen, bitte? Du gehst mir auf den Sack. Okay. Und jetzt? Ach, da hast du einen Ball. Ich will nicht mehr. Kann ich das dem Typen jetzt bitte in den Arsch schieben und dann ist das ja alles vorbei? Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich den Typen abknallen? Muss ich das denn ins Gesicht? Ey, das wäre so witzig, ne? Oder muss ich das drunter? Weißt du, anstatt dass er einfach den Kackball nimmt. Oh Gott. Nimm mal mit. So. Okay, Leute. Let's go. Okay. Ich glaube, ich muss da nach hinten. Und da ist der nächste Ball. Also der nächste Baum. Ich muss bestimmt drei Bäume kaputt machen. Ich hoffe, dass ich da nicht schon war. Oh shit, wo ist der Ball? Oh, wo ist der Ball? Oh, hier ist er. Boah. Leute. Ich spiele danach nie wieder Golf. Okay, wo ist das Licht? Hier muss ich hin. Hoffe ich. So. Können wir das schaffen? Nein, wir werden eh lediglich sterben. Wie schnell das hier kommt, ne? Das ist ja... Ah, das ist so gruselig. Ich hasse es. So, muss ich denn jetzt hin? Da hinten weiter, oder wie? Oh mein Gott, what the fuck? Nicht dein scheiß Ernst. Oh mein Gott, was? Zur Hölle. Oh mein Gott, was zur Hölle? Das ist nicht dein fucking Ernst. Scheiße. Scheiße. Oh fuck. The ball removes flash. Ich glaube, ich kann die nämlich abschießen, die Säcke. Oh Gott, das ist so ein Stress. Oh mein Gott, das Spiel macht mich so fertig, Leute. Also Golf spielen war nie so furchtbar. Oh mein Gott, das ist der Sack mich da noch verfolgt, ey. Oh mein Gott, das ist der Sack, der Sack mich da noch verfolgt, ey. Oh mein Gott, das ist der Sack, der Sack mich da noch verfolgt, ey. Nee, es bringt nix. Es bringt nix. Ich kann den nicht abschießen. Muss doch gehen, oder? Doch. Geil, du Sack. Ha. Stirb, du Arsch. Gut, es geht. Geil. Also alles andere wäre ja auch furchtbar gewesen. Tu mal wieder zu meiner Ding hinspielen. Nehm die mal wieder und pack die dann mal hier hin. Oh Gott, ich kann die umbringen zum Glück. Und dann muss ich die wohin schießen? So, da hin. Oh, bitte lass es nicht so viele Bäume sein. Ich pack das nicht. Oh Gott. So, wo ist der Kackball? Ah, hier. Wo ist der Popper? Wo ist der Kackpopper? So, ey. What a pain in the ass. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Oh nein. Ich bringe den jetzt um. Oh, der Sack. Dieser Sack. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss. Wo muss ich hin? Da hinten sind doch wieder shit. Ah, da hinten. Ein bisschen Stress muss sein. Dann kommt der Hass von ganz allein. Ey, dass er durch diese Büsche nicht geht, macht mich irre. So, jetzt aber. Da hinten hin. So, da hin. Dreh doch schneller, Mann. Wieso ist der Typ jetzt abgehauen? Okay, wir wollen da hin. Let's go. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Pain. Oh shit. Oh, ab du Sack. Das ist so gut, dass man die jetzt umbringen kann. So. Können wir bitte einfach da nach hinten gehen? Verdammt. Wieso komme ich denn da nicht näher? So, jetzt aber. Oh nein. Ich bin jetzt wieder am Anfang. Verdammt. Da muss ich doch hin, oder? Hä? Ja, da muss ich hin. Oh Gott. So, jetzt aber. Bitte lass es nicht so viele Bäume sein. So, wo ist jetzt dieses. Hä? Wo ist denn jetzt schon wieder das Licht? Da hinten? So, jetzt aber straight. Das ist bitte jetzt auch wieder das, wo ich auch wirklich hin will. Ja. Oh Gott, endlich. Pain in the ass. Konzentration. So, jetzt da rein da, verdammt nochmal. So, den nehme ich jetzt auch gleich nochmal mit. So, boah, Stress. So, kill the tree, aber mit Vergnügen. My putter. So, ja, put it in. Oh, fuck ja. Oh. Ich glaube, wir haben ihn besiegt. Bitte. Oh nein, final boss. Oh mein Gott. Oh Gott, was? Äh, was? Oh. Könnte es sein, dass ich tot bin? Ne, fast. I need to get the others down for... Oh mein Gott, was? Oh Gott. Was? Never ever. Wie soll ich denn es schaffen? I need to get the orbs down. Oh mein Gott. Oh, da ist ja einer. Yay. Okay, und dann? Den Typen ins Maul. Oh Gott, das wird ja was. Okay. So, da ist ja sein Face. In your face. Shit. Okay, gleich haben wir es. So, let's go. Okay. So, let's go. Okay. So, let's go. Oh mein Gott. Was zur Hölle passiert hier? Ich muss wieder ein Ort vom Baum holen, ne? Gott, Hilfe. Was passiert denn hier eigentlich für eine Scheiße? Ah. Shit. Ich glaube, ich bin tot, oder? Und ich lebe noch. Wo ist denn der Penner? Da. Oh Gott. Okay, nächstes Mal haben wir ein... Ey, das ist so ein Pain und ich sehe auch gar nichts mehr, weil ich schon so oft geschlagen wurde. Oh Gott. Oh, da ist er jetzt. Da hinten. Scheiße. Oh mein Gott. Okay. Oh. Oh. Oh Gott. Was ist damit? Oh Scheiße, nein. Oh, wie gemein. Ich dachte, da muss ich hin. Oh Gott. Oh nein. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen sollen jetzt den dummen Gott. Oh Gott, Hilfe. Der Sack. So, wo ist der jetzt? Wo ist denn der jetzt? Hä? Ah, da. Scheiße. Ich habe ihn voll verpasst. Oh Gott, ich hasse dieses Spiel so sehr. Oh mein Gott. I did it. Oh Gott. Oh Gott. Wo bin ich? Die Moral von der Geschichte? Spiele von den Zuschauern spielt man nicht. Das ist die Werbung von denen. Greener Grass. Oh mein Gott, was zur Hölle. Oh mein Gott, was zur Hölle. Das war das schlimmste Ende, was ich hier habe. jemals bekommen habe für so ein Pain. Oh Gott. Greener Grass awaits. Boah, Leute, ey. Nie wieder dürften wir ein Spiel empfehlen. Wirklich. Absolut furchtbar. Ja, geiles Konzept. Sehr anstrengend, sehr stressig. Ich finde, das im Wald hätte man kürzen müssen. Das war ein bisschen too much. Aber ansonsten die Idee, dass ein Typ einen hinterhergelaufen ist, fand ich schon sehr nice. Ich habe 1227 Schläge gebraucht. Das nenne ich mal Wahnsinn. Deswegen lass mir am besten auch mal 1227 Daumen und mehr nach oben da. Aber ein Abo würde ich mich sehr freuen und ich muss jetzt erstmal duschen. Ich habe geschwitzt wie noch was, ey. Boah. Boah. Untertitelung des ZDF, 2020